hallo willkommen auf meinem kanal mit dir ist anna bledau heute möchte ich mit dir über tiefgreifende gigantische themen sprechen die uns alle betreffen also insgesamt wir leben jetzt in einem wunderbaren zeitalter in neuzeitalter wasser mann zeitalter und wenn wir das von die astrologische seite betrachten dann wechseln wir circa jeder 2000 jahre in neue zeitalter ein also vorher haben wir in zeitalter fische gelebt also wir bewegen uns praktisch rückwärts wenn wir unsere horoskope anschauen und jetzt kommt der wasser mann zeitalter ja und astrologen haben sogar genau punkt bestimmt haben wo das passiert ist waren diese zeitalter angefangen hat dort haben zwei sich zwei größte planeten getroffen das ist ein saturn und jupiter und die haben sich da auch in wasser mann sternzeichen getroffen genau und vorher haben es das nicht passiert also das ist ziemlich selten und deswegen so besonderes weil vorher haben sie sich diese zwei planeten nur in erdzeichen getroffen es gibt ja diese fünf elementen wasser mann ist luftelement und vorher haben sie sich planiert nur in erd elementen getroffen und deswegen war leben davor also wirklich in fischen ganz ganz anderes dort hat element erde praktisch das sagen gehabt und motto von diesem zeit war das was ich besitze oder was ich habe das bin ich also sehr materiell sehr konsum bezogen ressourcen verbrauchen und alle die menschen die so gelebt haben werden jetzt in neuen zeitalter sehr große probleme haben weil luftelement ist komplette gegenteil von erde hier kommt wasser mann also das ist ein ja rebel einer eine geistige freie natur der verlangt wirklich umdenken bewegung und wenn man das nicht macht seine motto ist nämlich das was mache ich das bin ich wer da nichts tut dann wird er wirklich große schwierigkeiten haben früher war das überhaupt kein problem man hat gelebt und gedacht mein gott wenn ich auch nichts tun dann wird es schon werden und tatsächlich war leben weitergegangen jetzt aber nicht mehr diese zeiten sind vorbei weil luftelement sorgt für die bewegung und veränderungen der sorgt auch gewisse haus der zerstört alles was früher wie gesagt eine rolle gespielt hat also alle materiellen dinge gehen dann verloren oder manche materiellen dinge gehen verloren das ist nicht nur geld das ist auch immobilien das ist auch familie das ist irgendwelche dinge an die man hängt und sozusagen um uns einfach frei zu machen davon damit wir verstehen dass es nicht nur materielles wichtig ist und diejenigen die vorher schon nichts gemacht haben so gelebt wie sie heute leben die werden tatsächlich das jetzt extrem spüren diejenigen die aber ich schon auch vorher mit spirituellen sachen beschäftigt haben die haben verstanden dass es nur die taten zählen und nicht nur ja dass du informationen sammelst und nichts daraus machst oder überhaupt nur daher vegetiert also die menschen die vorher schon was für sich gemacht haben sich weiterentwickeln versucht mindestens die werden jetzt in dieser zeitalter wirklich auf dem pferd sein sie werden vorankommen und zwar mit einem ja schwindelerregende geschwindigkeit und andere müssen schauen dass sie überhaupt irgendwie dahinter kommen weil das ist sehr schnell ich sehr schnelle zeitalter sehr schnelle veränderungen auch was jetzt die netzwerke eingeht was jetzt technische progress eingeht und zwar wird hier sehr vieles in die richtung für die menschen gemacht werden also die ganze empfindungen oder neuartige sachen sollen tatsächlich daran denken darum sich bemühen menschen zu verbinden menschen zu stärken und nicht wie früher man hat etwas erfunden und man hat gedacht okay man entlastet dadurch ein mensch tatsächlich hat mensch immer weniger zeit wir haben ja so viel technik jetzt um uns herum und trotzdem haben wir keine zeit wir haben menschen früher gelebt die haben das alles nicht gehabt und trotzdem haben trotzdem gut funktionierende familien gehabt haben tage oder zeit für die gespräche und so weiter sie haben sich viel in natur verbracht sehr starke verbindung zur natur gehabt so die elementen auch die sie unterstützt haben auch auf gesundheitliche weise art weise ja heutzutage ist es tatsächlich alles sehr sehr schwierig wir sind ihm mit netzwerken fast mit ganzem welt verbunden trotzdem sind wir sehr sehr einsam ja das ist ja die paradox von dieser zeit dann haben wir solche eigenschaften von dieser zeit wie informationen früher damit man überhaupt an irgendwelche informationen gekommen ist und man hat wirklich sehr viele sachen machen müssen damit man überhaupt als schule eingenommen werden könnte heutzutage brauchen wir ein knopf drück und kommen auch an die ganze wissen heran also das ist der internet das wurde übrigens schon früher beschrieben also von tausend von jahren wurde beschrieben dass es kommt ein zeitalter wo man nur ein per knopf drück zugang zu gesamte wissen bekommt und jetzt ist soweit aber das bringt mit sich wirklich neue problem dass wir dann müssen in diesem unmenge von informationen sich zurecht finden ohne jegliche unterstützung also es heißt wir müssen in diesem zeitalter unsere eigene guru werden unsere eigene meister werden um die informationen herauszufischen die für uns wichtig relevant sind und nicht uns in diese dschungel zu verirren dafür brauchen wir aber sehr starke intuition und sehr erhobene bewusstsein deswegen sage ich ja die menschen die schon früher darum bemüht haben werden tatsächlich jetzt sehr sehr große vorschritte machen alle andere haben trotzdem noch eine chance wie gesagt nicht zu spät wenn man etwas machen anfängt noch mal was tue das bin ich das ist das motto es reicht nicht dass du weißt dass rauchen schlecht ist es reicht nicht dass du weißt dass schlafen muss bis 22 uhr erfolgreich sein und nicht später es reicht nicht um zu wissen was welche lebensmittel gesund und ungesund sind es muss umgesetzt werden alle diese informationen die du besitzt die bedeuten gar nichts dass es einfach null wenn du das nicht umsetzt und gott sei dank gibt es immer noch wissen die menschen die sich mit diesen themen schon sehr lange beschäftigen deswegen steht auch wassermann für die gemeinschaft sucht die gemeinschaft die dich inspiriert sucht die menschen die dich begeistern die das schon geschafft haben an was du noch träumst oder was du erst ausprobieren möchtest rede mit denen schließt mit den ihr freundschaften kommunizieren ihre vorträge besucht in die seminaren und so weiter weil über das klang von stimmen wird wissen von denen auf sich übertragen es gibt es ja zwei arten von lernen von unten heraus wo du mühsam jahrelang versuchst etwas selber auszugraben was für dich gut oder schlecht ist und es gibt es andere art von wissen von oben nach unten du bist leere gefäßt du weißt nicht aber dein meister deine eine person die das schon bis jetzt sogar kennt oder kann allein durch das kommunikation allein durch das klang von seinem stimme überträgt seine charakter eigenschaften sein wissen auf dich weiter das bringt natürlich wieder nächste problem das wenn du dich mit diesen menschen überhaupt nicht auskennst einfach so irgendwelchen menschen suchst dann ist das auch gefährlich dass die der negative charakter eigenschaften übergehen deswegen informiere dich informiere dich über die menschen frage nehmen kontakt auf vor schau die gemeinschaft an kommuniziere erst und dann geht's los ja die luft stanz also luftelement und wassermann zeichnen die stehen auch für die neuigkeiten also die progress wird tatsächlich voranschreiten und zwar sehr schnell und anpassung dass es jetzt sagen menschen die so stur sind die nur an alten sich festhalten werden tatsächlich sehr große leiden spüren sich nie irgendwie verändern können und das bringt natürlich auch nicht nur psychische beschwerden sondern auch dann körperliche weil psychosomatik ist ja hat niemand das gesagt dass es nicht funktioniert ja und die schumann wählen verändert sich auch das ist noch mal so ein zeichnen dass tatsächlich jetzt höhere bewusstsein gefragt wird dass man auf eine höhere stufen kommunizieren muss oder kommen muss und da hilft nicht nur dazu sitzen oder irgendwas zu lesen das hilft nur tatsächlich wenn wir tätig werden wenn wir tatsächlich was unternehmen und mit eigener gesundheit ist das einfach der leichteste weg dass du mit wasser anfängst dass du mit reinigung anfängst dass du mit tagesrhythmus anfängst und alles das die ganze diese informationen diese möglichkeit gebe ich dir in form von einem jahresprogramm also du hast es vielleicht schon jahre davon das mitgemacht gewisse sachen aber dort ist alles wirklich wunderbar auch noch die naturgesetze aufgebaut dass wir praktisch eine leberreinigung machen eine bestimmte zeit oder darmreinigung eine bestimmte zeit dass wir unsere herzkreislauf unterstützen da wo die am meisten hilfe benötigt dass wir auch jeder hormonsystem nach und nach aufbauen weil es bringt uns nicht nur an irgendwelche herzen zu arbeiten und herzkreislaufgefäße unterstützen wenn sie leiden weil die leiden ja die haben einen grund um zu leiden und die liegt meistens nicht an die gefäße das link wo anderes an deine ernährung an der tüche und 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 deswegen ist das immer so ganzheitliche sache man kann nicht aus einem content kontext etwas herausnehmen dann ist das alles verloren man kann nicht nur ein auge heilen nur ein leber nur eine niere weil die hängen an ganzem körper das ist wie so puzzleteilchen nur aber unterstützung braucht dann gesamte körper und genau damit beschäftigen wir uns bei meine ganz jahresprogramm das ist ganz physiologisch aufgebaut das ist nicht schwierig umzusetzen ja du musst jedes monat was tun aber genau das ist der motto von diesem zeit du solltest auch das machen wenn du vorankommen sollst oder willst nicht nur vorrang sondern auch glücklich sein gesund sein also vorige sachen funktionieren heutzutage nicht mehr also bleibt dran das kostet dir vielleicht nur paar minuten am tag was du da machen muss und vielleicht nur paar minuten wo du das nachlesen kannst es gibt es auch mehrere möglichkeit die programm zu gestalten du kannst das selbstständig machen indem du einfach auf meinem telegramm kanal bist und schaust was ich dort poste lernt das und versuchst umzusetzen oder du kannst auch eine unterstützung von mir anfordern das kostet zwar extra aber also programm ist kostenlos insgesamt aber meine persönliche unterstützung wo ich dann auch noch ein plan für dich ausarbeite wo ich dich unterstütze motivieren und so weiter da verlange ich ein bisschen was dafür und dann gemeinsam ist immer leichter von allem ich mit meinen kollegen wir machen immer wieder kursen also wir bitten euch alles was es nur gibt damit ihr ja tatsächlich vorankommt etwas machen anfängt und wir haben jetzt auch ab mitte januar einen kurs geplant wo wir uns mit verschiedenen stufen von meinem programm beschäftigen das ist auch entgiftung das ist auch darmreinigung das ist auch antiparasitenkur da werden wir das alles in eine gruppe machen du brauchst nur die produkte was wir empfehlen und alles anderes kommt kostenlos zu dir jeden tag werden irgendwelche tipps gegeben wir werden zusammen das alles gestalten werden zusammen durch diese zeit gehen sie gegenseitig unterstützen mit viel erfahrung von unserer seite unter viele praktische tipps auch motivation unterstützung von die teilnehmer das ist immer sehr sehr gut wenn du nicht alleine das macht von allem im anfang exakt was am zeichen steht für die gesellschaft so dann haben wir noch möglichkeit also nur diejenigen die praktisch bei dieser stürmische zeiten jetzt in ihre eigene mitte bleiben nur die können dann auch ihre ziele verfolgen weil diejenigen die tatsächlich sehr unruhige geist haben sie werden von einer seite ins andere geschmissen und wissen gar nicht wo sie anfangen wo sie aufhören müssen wie stärke ich meine innere mitte ganz einfach indem du deine sinne und du hast fünf davon von außen nach innen nimmst wo du fängst mit deine ich zu beschäftigen dafür braucht man intuition und das kann man praktisch auch stärken indem man immer wieder das macht wenn ich jetzt vor 22 uhr ins bett gehe wie fühle ich mich nächsten tag wie ist meine stimmung wie kommen kommuniziere ich mit anderen menschen wie viel kraft und energie habe und was passiert wenn ich später ins bett gehen was passiert wenn ich diese lebensmittel esse und was passiert wenn ich diese lebensmittel esse also sowas solche einfache dinge wo wir praktisch ja auch an uns denken wir sind immer an erste stelle wenn wir glücklich und zufrieden sind dann sind alle andere auch aber es ist jetzt geht nicht um andere sondern unsere innere mitte zu stehen zu stärken damit wir durch diese stürmische zeiten durchkommen diese menschen sind gleich zu erkennen sie sind immer ruhig und gelassen egal was passiert die strahlen eine gewisse sicherheit gewisse liebe freundlichkeit aus egal was passiert und das kann aber jeder lernen das geht indem wir weg sagte erst die sinne von außen nach innen richten das geht auch was wir anschauen es geht um das was wir hören was wir essen unsere tast sind ist auch gefragt also tast sind ist verbunden mit essen mit sexuelle aktivität wie ich das mache ich wann das mache ich habe auch eine separate kanal das heißt was du haus da geht jetzt um die architektur lehre nach was du die ordnung und harmonie in unsere leben bringt aber es geht aber auch um die gewisse tipps und tricks die ich jeden tag nach der heutigen tagesenergie gebe also zum beispiel heute ist gute energie um etwas für sich zu machen dann erkläre ich das und das und das kannst du heute tun oder heute ist gute energie etwas zu verkaufen etwas zu erneuern etwas wegzuschmeißen dann sag ich auch dass es heute gut ist und so können viele viele menschen davon profitieren wenn sie im einklang mit naturgesetzen und universelle energie leben dann kostet ihnen das was keine kraft weil alles das was wir gegen die natur machen dafür brauchen wir unsere eigene kraft und da kommt das davon an hast du das oder hast du das nicht und was jetzt die wegschmeißen noch eingeht das ist auch sehr interessante sache weil diese zeit wie gesagt wird von uns viel abverlangen indem wir das einfach wegreißt und da kommen tatsächlich dramatische sachen zustande aus heiterem himmel wird uns alles weg genommen das sehen wir jetzt schon mittlerweile und das kann man minimieren oder tatsächlich gar vermeiden indem man freiwillig was weg gibt oder indem man spendet oder wohltätigkeit sachen betreibt natürlich ist das noch interessant die horoskop anzuschauen bei jeder planet kann uns gewisse hinweise liefern auch aus horoskop lese ich zum beispiel deine bestimmung heraus das biete ich auch als ein gespräch an wo ich erkläre wo dein bestimmung ist weil wenn mensch sich gegen seine bestimmung im leben bewegt dann wird er niemals etwas erreichen der versucht das dann versucht jenes und immer wieder ja feld darunter sozusagen auf die knie und weiß gar nicht mehr was ist los er hat ja alles gegeben er hat ja war ja so fleißig aber trotzdem kommt es im leben nicht voran also diese gespräch bitte ich jedem wer das möchte dass wie gesagt sehr sehr tolle erfahrung und sehr tolle unterstützung im leben dass du aus deinem labyrinth endlich einen weg heraus findest die dich zu erfolg führt und unsere innere mitte zu stärken hilft auch unsere aufgabe zu erledigen damit wir wissen welche wir aufgaben haben müssen wir verstehen natürlich was wir sind also aufgaben kommen aus den pflichten und es gibt unterschiedliche pflichten je nachdem ob du ein mann bist oder eine frau bist bei männer müssen nach sonne und mars handeln diese aktivitäten diese aktive kraft und energie frauen müssen wir frau handeln nach energie von mond und venus so sagen wir so in astrologie zum beispiel zärtlichkeit und weiblichkeit und so weiter dann gibt es noch das ist jetzt was jetzt kontakt zwischen die partnerin geht dann gibt es zweiter bereich kontakt zu sozium wie verhalte ich mich dann in dieser zeit alter wird gefragt da werden deine fähigkeiten gefragt die zugute für alle kommen also wenn du etwas gut kannst und menschen davon profitieren also in guter sinne des wortes dann ist das tatsächlich wieder eine gute zeichnung für das dass du deine pflichte kennst und deinen weg gehst es gibt zum beispiel menschen die alkohol produzieren die bekommen ja dafür sehr viel kohle aber diese zeiten sind vorbei also die werden jetzt nicht mehr so profitabel sein oder bekommen wirklich sehr sehr viele schwierigkeiten im leben also alles das was menschen nicht zugute kommt in dieser zeitalter wird ja teilweise sehr hart bestraft und die dritte punkt das ist verbindung zu mich selber dass ich tatsächlich spirituelle praktiken mache dass ich mich mit spirituelle verbinde beschäftige weil das wird jetzt gefragt weil wenn wir jetzt wieder astrologie anschauen dann steht planet saturn für sternzeichen wassermann und saturn ist es eine sehr strenge lehrer sag mal so vorher haben wir die fische gehabt da war jupiter als hauptplanet und jupiter ist es so gute lehrer sag mal so wie bei polizisten gibt es böse und gute polizisten gibt es böse und gute lehrer jupiter ist freundlich jupiter ist gnädig der versuchte mit gutem mit dir was zu erklären damit das verstehst und setzt wenn es aber nicht funktioniert dann schickt dich praktisch zu saturn und saturn der kennt keine gnade und das ist das was jetzt kommt wie gesagt du kannst das freilich machen oder ja okay jeder wird schon sehen was er davon hat sagen wir so aber warum soll man auf diese sachen warten warum wenn wir möglichkeiten haben was zu verändern und das wie sagt nicht schwer und ich gebe dir so viele möglichkeit das umzusetzen kannst mich jederzeit kontaktieren die programm ist universell aber die zusätzliche informationen die man bekommt ist natürlich speziell und sagen wir so sehr wertvoll deswegen ich bitte auch die plattform zu kommunizieren zu einer gemeinschaft zu bilden wenn du möchtest kannst wie gesagt jederzeit mit mir in kontakt treten ich habe ja meine kontaktdaten unterhalb von diesem video im kontaktformular oder du schreibst in kommentaren etwas dazu hinterlasse aber immer deine telefonnummer damit ich dich auch kontaktieren kann unsere kommunikation wird meistens per telegram gestaltet also wenn du kein telegramm hast dann kann ich dir ein link dazu schicken oder in whatsapp geht es ja auch und ich werde mich freuen dich zu unterstützen weil das ist für mich auch eine wachstum eine kommunikation möglichkeit also alles das was was am an zeitalter auch mit sich bringt okay dann hoffe ich dass du diese möglichkeit ergreifst und ich werde mich freuen dich kennenzulernen bis dorthin bleibt gesund aber ja genau mach was dafür